Markt der Möglichkeiten. Telematik und Telemedizin zum Anfassen. Das neue Veranstaltungsformat der ZDG, Zentrum für Telematik und Telemedizin GmbH, feiert gelungene Premiere im Haus der Ärzteschaft in Düsseldorf. Unter dem Dach der ZDG bündeln sich relevante Kräfte und einzigartige Kompetenzen, um Telematik und Telemedizin zu gestalten und voranzubringen. Mit dem Markt der Möglichkeiten will die ZDG gemeinsam mit ihren Gesellschaftern verdeutlichen, dass der Schlüssel für erfolgreiche E-Health-Lösungen in der Zusammenarbeit aller Beteiligten liegt. Unter dem Motto An einem Strang ziehen schafft die ZDG eine Plattform für innovative Versorgungswelten. Mit rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentiert sich das neue Format mit einer breiten Teilnehmerstruktur. Die zertifizierte Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für die Potenziale der Telematik und Telemedizin interessieren, insbesondere an Haus- bzw. Fachärztinnen und Ärzte, an Medizinerinnen und Mediziner in Krankenhäusern und Rehabilitationseinrichtungen sowie an Pflegekräfte. Auf dem Markt der Möglichkeiten werden aktuelle Telematik- und Telemedizin-Anwendungen gemeinsam von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren der Gesundheitsbranche präsentiert. Anhand anschaulicher Beispiele aus Fachbereichen wie zum Beispiel Palliativmedizin, Intensivmedizin, Kardiologie und Radiologie zeigen die Veranstalter, wie E-Health-Lösungen schon heute zu mehr Qualität und Effizienz im medizinischen Alltag beitragen können, wenn alle Beteiligten zum Wohle der Patientinnen und Patienten miteinander kooperieren, praxisnah und nutzerorientiert. Welches Potenzial in E-Health-Lösungen schlummernd, wird auf drei unterschiedlichen Themeninseln deutlich. Die Besucherinnen und Besucher begleiten Patientinnen und Patienten auf ihrem Weg durch die medizinische Versorgungslandschaft und erleben anhand von Live-Demonstrationen, wie Telematik und Telemedizin die Versorgung optimieren können. Eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion mit landespolitischer Beteiligung sowie Diskutantinnen und Diskutanten aus der Gesundheitsbranche bildet ein weiteres Highlight der Veranstaltung. Gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden wichtige Fragen rund um das Thema E-Health erläutert und diskutiert. Zur Veranstaltungspremiere 2014 nahm die neue Staatssekretärin im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen Martina Hoffmann-Badasch an der Veranstaltung teil. Ich kann auch direkt einleitend schon sagen, es hat mich alles sehr beeindruckt, was ich mir angeguckt habe und die Praxisbeispiele, die wir gesehen haben, haben mich darin bestätigt, dass das Land Nordrhein-Westfalen gut daran tut, hier finanziell zu fördern und dass wir gut daran tun, auch in Zukunft als Land Nordrhein-Westfalen mit dem Ehrgeiz hier aktiv zu sein, auch weiterhin an der Spitze der Entwicklung tätig zu sein und mitzuwirken. Bestehende Kontakte pflegen, neue Kontakte hinzugewinnen. Beim abschließenden Get-Together in gemütlicher Atmosphäre klingt der Markt der Möglichkeiten aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 WDR 2021 WDR 2021 WDR 2021 Vielen Dank.